Ich muss Ihnen eines sagen, Frau Künast hört vielleicht auch noch zu, ich muss Ihnen eines sagen, von Ihnen lassen wir uns solche Zitate hier nicht bieten. Wer selber wie Sie einen amtierenden Bundespräsidenten in einer weit angepöbelt hat, dem verbitte ich, solche Zitate hier von uns zu bringen. Ich bin froh, dass endlich, dass endlich nach vielen Jahren es eine Bundesregierung gibt, die sich den Bundeshaushalt vorgenommen hat, auf die Ausgabenseite schaut. Da mag man durchaus das eine oder andere kritisieren. Aber insgesamt, die Richtung stimmt und ich fordere jeden auf, der Kritik daran übt, sich zu beteiligen, wo wir dann Ausgaben kürzen können. Frau Künast, ich habe gesagt, das ist unsere Aufgabe, hören Sie doch zu, statt Kaugummi im Parlament zu essen. Und der Kollege Carsten Schneider sprach von den Spekulanten. Wunderbar, können wir uns drüber halten. Zu den Spekulanten haben auch die Sozialdemokraten gehört, teilweise auch die Grünen, Herr Trittin, die uns an die IKB-Bank verkauft haben, wo wir anschließend die Steuerzahler ordentlich am Blechen müssen. Sie haben spekuliert mit einer IKB-Bank, mit einer Bundesbeteiligung, wo CDU und FDP das massiv abgelehnt haben. Das ist dem deutschen Steuerzahler teuer zu stehen gekommen. Das waren Ihre Spekulationen. Alleine Ihre Spekulationen. Für uns ist wichtig, und das ist doch das Entscheidende, Sie wollen nur Arbeitslosigkeit verwalten. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze sichern, damit die Menschen, die keine Arbeit haben, endlich wieder Lohn und Brot kriegen. Das ist unsere Politik. Wenn Sie sagen, wir wollen im Jahre 2013 die 24 Milliarden möglichst irgendwie durch Steuern bekommen, da kann ich Ihnen auch schon genau sagen, dass ich weiß, woran Sie da denken. Wenn Sie 24 Milliarden bekommen wollen, müssen Sie als Sozialdemokraten, die Grünen können es ja dann mitmachen, nur genau das machen, was Sie zu Beginn der Großen Koalition gemacht haben. Sie müssen einfach nur die Mehrwertsteuer um 3 Prozent erhöhen, dann haben Sie 24 Milliarden. Und ich glaube, tief in Ihnen drin ist das, was Sie wollen und das, was Herr Ernst abkassieren nennt. Wir stellen uns aber, Herr Kollege Heil, wir stellen uns dem Konflikt, weil wir davon überzeugt sind, dass das, was wir vorlegen, ausgeglichen ist. Weil es berücksichtigt, wer wo in welchem Maße aus dem Haushalt Geld bekommt. Und weil wir immer noch in Erinnerung haben, wer mit wie viel Prozent die steuerlichen Leistungen bringt, die dieser Haushalt braucht, um seinen sozialstaatlichen Aufgaben gerecht zu werden. Das, Herr Heil, ist der Grund, warum wir hier mutig sind. Sie hatten in elf Jahren Sozialdemokratie nie den Mut, diese Arbeit zu machen. Und der Mut, den kann man gerne beschimpfen, aber er wird sich am Ende umsetzen. Und wenn wir im November beschließen werden, sicherlich noch mit Veränderung, dann werden Sie diejenigen sein, die an der Stelle blank stehen. Es sei denn, Sie kommen jetzt wirklich mal mit konkreten Einsparvorschlägen und nicht mit falschen Zahlen rüber. Ja, ich weiß, Sie wollen das immer nur über Einnahmen machen. Und ich kann jedem Bürger nur draußen sagen, jeder Politiker, der Ihnen sagt, er will mehr Einnahmen, will am Ende an alle Leute ran, will immer jede Einnahme verbessern. Und wenn Sie dann meinen, man könnte Einzelne ausnehmen und könnte sagen, ich nehme jetzt mal nur eine kleine Gruppe, dann bin ich mal gespannt, wie Sie mit dem Vorschlag Ihrer reichen Steuer elf Milliarden in diesem Jahr erwirtschaften wollen oder 24 Milliarden nächsten. Das können Sie gar nicht, aber bitte, ich freue mich sehr, wenn Sie diese Rechnung aufmachen. Woran kann man eigentlich merken, wie sozial eine Bundesregierung ist? Das kann man letztlich am einfachsten nicht an absoluten Zahlen. Sondern man kann es einfach daran, dass man prüft, wie viel Prozent der Ausgaben des Haushaltes, der Kollege Bartler hat es gesagt, wie viel Prozent der Ausgaben des Haushaltes gehen an Arbeit und Soziales. Und dann wollen wir mal feststellen, bei Rot-Grün am Ende 2002, die ja angeblich so sozial sind, waren es 44, das sind Zahlen des Rechnungshofes, waren es 44,9 Prozent. Der Haushalt 2010 der christlich-liberalen Regierung sagt 54 Prozent, 10 Prozent mehr. Wer da behauptet, wer da behauptet, er sei sozial, der, Frau Kollegin Hagedorn, Zwischenfrage ist nicht, wer da behauptet, er sei sozial, verweigert sich erneut der Macht der Zahlen. Das Unsozialste, was wir machen können, ist die Verschiebung von Schuldenbergen, auf denen Kinder, wie wir alle wissen, weder spielen noch lernen können. Herzlichen Dank.